Ein Hexer. Ja, danke Ali, danke René. Christoph. Ich bin unfassbar nervös, aber wie Ali sagt, das ist wahrscheinlich die größte Ebene, die Tom sich hätte vorstellen können, in Babelsberg eine Halle nach Irgendwann anzubekommen. Ich denke, ich freue mich genauso, wie er sich freuen würde. Und ich hoffe, dass es gut geworden ist. Du hast es ausgesucht. Applaus Ich bin unfassbar.